Servus. Hallo. Einen Moment. Hey. Dürfte ich bitte Ihre Einladung sehen? Nie hoff, Klaus. Ich muss nur ganz kurz. Sie stehen aber leider nicht auf der Gästeliste an ihr. Tut mir leid. Ich will mit ihr sprechen. Ja? Nur ganz kurz, bitte. Ich muss Sie bitten, jetzt wieder zu gehen. Nein, ich muss mit dir sprechen. Kathrin, bitte. Nur ganz kurz. Hallo, Kathrin. Pass mich nicht an, was soll das denn? Kathrin. Du kennst sie? Natürlich kennt sie mich. Ist ja vorher bis oben hin. Sie war zu, dass er verschwindet. Klaus. Warum tust du mir das an? Du bist betrunken. Warum kommst du hierher, wenn du betrunken bist? Du weißt genau, dass ich das nicht leiden kann. Ich hab dir vertraut, Kathrin. Du bist ein Monster, Kathrin. Markhaft, das bist du. Weißt du das? Es reicht jetzt. Ein Monster. Pass mich nicht an. Ey, was soll das? Pass mich nicht an. Kathrin, bitte. Kathrin. Pass mich nicht an. Das sind wir mal an. Ich能ste mir. In dieser Zeit freist dir auch. Das ist einfach nicht wie ein Mal an. Ich arbeite noch. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ja so. Ich glaube nicht an. Das ist ja so. Nicht wenige unter uns glauben, dass es irgendwo auf der Welt den einen Menschen für uns gibt. Deshalb suchen wir so was los nach der einen perfekten Person, die uns unendlich glücklich machen wird. Jemand, der uns so sieht, wie wir gesehen werden wollen. Jemand, der uns in die Seele schauen kann, der verlässlich ist und dennoch voller Überraschungen steht. Jemand, der uns ehrt, schützt und lebt. Ist das der Tod, weil es scheidet. Etwas lässt sich jedoch nicht scheiden, denn es kann im Trennbau miteinander verbunden sein. Liebe und Tod. So, los jetzt. Abflug. Ja, geh heim. Es läuft ja aus. Ja, gehen wir. Ja, sehr gut. Hey, kann ich mehr? Ja. Na, 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 na. Komm, nix da. Geh mal an. Ja. Komm, geh mal. Sehr gut. Ja, sehr gut. Na gut. Nein, na gut. Nein, na gut. Musik Musik Musik